Ja, die Nacht von Sonntag auf Montag, von Wahlsonntag auf Montag, 2.47 Uhr circa, die Basis, Bundestagswahl, Horrorniederlage 1,4 Prozent, weniger als bei der letzten Wahl, Schrumpfkurs, also der Trend geht jetzt auch nach unten, genauso, wir hatten das ja erlebt, dass wir 2020, EU, hatte in Baden-Württemberg circa 0,8 Prozent und bei der nächsten Wahl dann 0,1 Prozent, sodass man ganz klar sagen konnte, der Kurs war ein Sterbekurs. Die Basis hatte in Baden-Württemberg erst 0,98 Prozent oder so ungefähr und dann in Sachsen-Anhalt 1,5 Prozent und jetzt 1,4 Prozent. Also der Trend ist jetzt auch, dass bei der Basis auch die Wende hin zum Sterbeprozess erreicht ist. Das ist schlimmer als befürchtet und das ist das Ende der Partei, denn was soll nach 1,5 und 1,4, kommt 1,3, 1,2, 1,1. Das ist also das Sterben der Partei, also auf jeden Fall ist da jetzt keine Kurve mehr denkbar, wie man von 1,5 auf 1,4 und dann plötzlich auf 5 Prozent kommen will. Das geht nicht, also das ist eben, ja, was ist das? Eine Partei, aber ich verifiziere es erst nochmal, ich gehe erst nochmal, ich aktualisiere jetzt die Seite vom Bundeswahlleiter und da steht drauf, ich lese es Ihnen vor, da steht drauf, Bundestagswahl 2.44 Uhr, das ist also die letzte Aktualisierung hier von 2.44 Uhr, 284 von 299 Wahlkreisen ausgezählt, das heißt es fehlen nur noch 15 Wahlkreise, das bedeutet aber Berlin fehlt wahrscheinlich noch vollständig, das heißt die Linken werden etwas mehr bekommen, ich lese mal vor hier, die CDU hat da 19 Prozent plus CSU 5,4, das sind also 24,5 für die Union, zusammen 25,8 für die SPD, wobei es ja sein kann, dass die Union trotzdem mehr Sitze hat als die SPD, wegen irgendwelcher Überhangmandate oder so, aber es spielt auch keine Rolle, weil es kommt sowieso nur auf die Koalitionsgröße drauf an, denn der Kanzler, Kanzler kann auch jemand einer kleinen Partei werden, wenn sich eine Koalition einig ist, diese Person zu wählen, dann könnte das auch, die kleinste Partei könnte den Kanzler stellen, wenn sich eine Koalition darauf verabreden würde, ja, also das heißt nicht die Person mit dem, oder die Partei mit dem höchsten Wahlergebnis stellt automatisch den Kanzler, sondern es könnte sogar die kleinste, einer der kleinste Juniorpartner einer Koalition sein, der den Kanzler stellt, wenn zum Beispiel die anderen sich nicht einig werden und man sich dann darauf einigt, weil man sich nicht einigt wird, macht man den kleinsten Partner zum Kanzler, also da nimmt man jemanden aus den Reihen des kleinsten Partners als Kanzler, das ist dann, da würde man vielleicht einen Konflikt vermeiden, naja, aber ich lese mal weiter, also Union waren wir, glaube ich, bei 24,5, SPD 25,8, AfD 10,5, FDP 11,5, Die Linke 4,6 und da wissen eben viele nicht, dass die Linke nur dann rausfliegt aus dem Bundestag, wenn sie nur zwei Direktmandate erzielt, sobald sie drei Direktmandate, also drei Wahlkreise direkt gewonnen hat, dann gilt die 5% Klausel für die Linke nicht mehr und ihre Stimmen werden umgewandelt in Sitze, als gäbe es die 5% Klausel nicht, ne, und die Linken werden auch noch etwas mehr bekommen, denn da Berlin, wegen des Pannen Berlins, das zeigt ja deutlich, rot-rot-grüne Regierungen sind eben in der Lage, nur Flughäfen kaputt zu bauen, wahrscheinlich Sozialwohnungen baufällig zu produzieren und sind nicht in der Lage, eine Ordnungswesenwahl in Berlin durchzuführen und deswegen sind auch in Berlin, glaube ich, die Wahlkreise noch nicht ausgezählt, also werden aber dort, wird es für die Linken noch ein paar zusätzliche Pünktchen vielleicht geben, vielleicht klettert das nochmal auf 4,7 oder 4,8 für die Linke, weil in Berlin wahrscheinlich viele Stimmen noch dazukommen werden. Grüne 14,4, dann Freie Wähler 2,5, die Partei hat 1,0%, also die nächstgrößere nach den Freien Wählern ist tatsächlich die Basis, aber eben nur mit 1,4%, ja, und damit ist der Trend ein Sterbetrend, ja, von 1,5 auf 1,4, danach kommt 1,3, dann 1,2, Das heißt, die Partei stirbt so sicher wie das Amen in der Kirche und das ist eben leider das Dilemma. Jetzt haben wir hier, ich werde morgen sprechen mit, wen haben wir hier noch, Volt, da lohnt es sich nicht mit zu sprechen, Die sind zu realitätsfern, unabhängige 0,1, Team Todenhöfer, die sind auch zu realitätsfern, 0,4%, die PDF, mit denen werde ich telefonieren, weil die haben ein paar ganz vernünftige Gedanken, haben aber 0,0% bekommen, 3.150 Stimmen bis jetzt und die Bündnis 21, die haben auch ein paar vernünftige Gedanken, also beide haben wir ja beraten, die Bündnis 21, die Pinken und die PDF und die haben aber beide gedacht, sie könnten es ohne uns, ohne unser Potenzial von 56% aus der simulierten Bundestagswahl und da zeigt sich, das geht eben nicht, ja, die liberal-konservativen Reformer dachten auch, sie können es ohne uns 0,0%, ja, das ist, das habe ich denen alles direkt gesagt, dass sie kläglich scheitern werden und man hat nicht auf uns gehört und wir haben auch der Basis gesagt, das geht so nicht, man kann nicht ohne Kompetenz, kann man, man kann nicht nur mit Prominenz, also man braucht Prominenz und Kompetenz, also liebe Basis, jetzt, spätestens jetzt heißt es, ja, auch die Sozialistische Gleichheitspartei, alles solche Illusionen, 0%, 0%, 0%, 0% Gartenpartei, Büsow 0%, mit denen habe ich auch gesprochen, das ist alles 0%, menschliche Welt, ja, die wollten sich auch nicht von uns beraten, das sind sie, schaffen es ja auch alleine mit 0,0%, ne, ja, das ist der, die MLPD, die wollten vielleicht auch von uns Hilfe annehmen, aber die sind jetzt eben auch mit 0% abgestraft, ja, so, 0% Teelschutzallianz, Bayernpartei 0,1 immerhin, Veganerpartei 0,1, ÖDP, die wollten auch nicht mit uns kooperieren, richtig, 0,2%, das ist halt alles jetzt die Strafe dafür, auch die Piraten mit ihren 0,4%, da tut sich auch nichts mehr, ja, das ist also, das ist leider das Dilemma, Man könnte sagen, Parteien sind notorisch etwas, was daran krankt, an einem latenten Größenwahn, man glaubt, man hätte das Ei des Kolumbus erfunden, obwohl man meistens nicht bis drei zählen kann und von den Dingen überhaupt keine Ahnung hat und meint, die Experten nicht zu brauchen, Weltrat und Next Scientists for Future nicht zu brauchen und dann scheitert man eben kläglich, wir 2020 EU ist schon völlig ruiniert und kaputt, die Basis hat jetzt den Knick in der Kurve nach unten bekommen, ja, und damit ist es viel schlimmer, ich hatte ja gedacht, dass sie vielleicht noch 2% kriegen, dann hätte man sagen können, ja, 1,0, 1,5, 2,0, dann vielleicht braucht es noch wie viele Wahlen, eine Wahl, 2,5, nächste Wahl, 3, 3,5, 4, 4,5 und nach sechs Wahlen hätte sie dann vielleicht die 5% erreicht, aber jetzt lautet die Kurve, also 0,9, 1,5, 1,4, das heißt, da ist der Kipppunkt erreicht und die Partei ist am Ende, das heißt also bitte jetzt alle Basismitglieder mehrfach Doppelmitgliedschaft hier machen, wo ist es, sofort hier mit eintreten und das ist dann die einzige Chance, da steht das Wahlprogramm und die Programmpunkte, die der Basis fehlen und man hätte eigentlich, so wie ich es immer geplant habe, die einzige Chance für die Basis war gewesen, mit den Next Scientists for Future und dem Weltrat, mit Professor Wallach, mit Dr. Med. Michael Spitzbart, mit mir, mit den anderen Professoren des Weltrates, vernünftig eine Talkshow nach der anderen zu machen, Bhakti und Next Scientists for Future, Wodak und Next Scientists for Future, Füllmich und Next Scientists for Future, vielleicht sogar Bodo Schiffmann und Next Scientists for Future, man hätte ständig solche Sendungen machen müssen, hätte 20 Millionen Klicks erreichen müssen und hätte dann sozusagen, hätte dann wirklich eine gute Chance gehabt, die 5% zu erreichen, aber jeder vernünftige Mensch, der sich die Basis angeschaut hat, hat gemerkt, das ist eine reine Chaospartei ohne jegliche Kompetenz und will ich da wirklich meine wertvolle Stimme opfern, also ich habe aus Verzweiflung die Basis noch gewählt, weil alles andere ja noch viel schlechter ist, aber vom Programm her muss ich sagen, das Programm, der Basis und alles ist ja so grottenschlecht, dass das also auch mein Leben fast genauso ruiniert wie die anderen Parteien, wie die alten Parteien, ja, also das heißt, sofort hier eintreten, hier sofort Impressum und so weiter, hier ist Impressum, Mitgliedsantrag, Impressum, Mitgliedsantrag, rauskopieren, ausdrucken, ausfüllen, zuschicken, kostenlos Mitglied werden, Mehrfachmitgliedschaften sind erlaubt, hier steht es glaube ich auch direkt hier, na da unten steht es, Mehrfachmitgliedschaften, hier, wir erlauben Mehrfachmitgliedschaft in beliebig vielen anderen Parteien, nehmen null Mitgliedsbeitrag und setzen voll auf Gemeinwohlwirtschaft, ja, David-Claudio Sieber hatte ja im ZDF gesagt, Kapitalismus abschaffen, ja, aber es fehlte der Satz, Gemeinwohlwirtschaft einführen, ja, dieser Satz fehlte und deswegen ist die Basis eben auch nicht überzeugend, ihr fehlt da die kompetente Seite und ja, nur Kompetenz, ich habe schon von Anfang an geschrieben, nur Prominenz plus Kompetenz schießt Tore, aber niemals Prominenz alleine, dann könnte ja Boris Becker auch der nächste Kanzler werden, wenn Prominenz ausreichend wäre, nein, es muss Prominenz mit Kompetenz immer kombiniert auftreten, die Prominenten müssen ihre Prominenz beitragen und mit den Kompetenten sprechen und müssen versuchen, die Kompetenten zu verstehen und dann profitieren beide Seiten davon und ja, das war es, also alles viel schlimmer, als wir befürchtet haben, also ich hatte ja so gesagt, naja gut, zwischen 0,3 und 3% ist alles möglich, aber 0,3 bis 3%, das wären ja dann immer noch wenigstens so die Vorstellung von 1,6 oder 1,7% vielleicht gewesen, aber 1,4 bedeutet, dass die Partei schon die Kurve gekriegt hat in Richtung Sterbeprozess und das war es dann, also bitte, jetzt sollte es zur Zusammenarbeit kommen, die PDF, die Partei des Fortschritts, Bündnis 21, die Pinken und die Partei des Gemeinwohls, PDG und idealerweise die Basis, zum Glück hat die Basis Österreich, scheint wenigstens ansatzweise zu verstehen, wie hilfreich das Programm, die Programmpunkte, zum Beispiel die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme ist. Ja, das war also jetzt das Ergebnis der Wahlparty mit etlichen Radlern, also ich bin sicherlich nicht mehr nüchtern, weit entfernt von nüchtern zu sein und ja, also, tschüssi, bis bald und wie gesagt, ich hoffe, dass die Basis Deutschland auch die Kurve kriegt, mit sich von den Next Scientists for Future noch mehr und ausführlicher beraten zu lassen, so wie jetzt, ich wage die Vorhersage, wenn die Basis sich, die Deutschland sich nicht von uns beraten und helfen lässt, auf den richtigen Kurs, dann wird, ist das Ende der Basis schon vorgezeichnet, es wird sicherlich eine Zeit lang dauern, bis die Partei ganz tot ist, aber das wird, wird halt, nach und nach werden die Leute, denke ich, austreten und dann, dann wird die Partei so nach und nach sterben. Auch wir 2020 EU hat immer noch 3.500 Mitglieder oder so, da dauert also, bis die dann endgültig tot sind, das zieht sich dann halt noch ein bisschen, aber im Prinzip sind sie schon tot und wissen es nur noch nicht so genau. Ja, also, das war's wohl, nach diesem langen Wahlsonntag, den längsten Wahlsonntag, den ich je gemacht habe. Tschüssi, bis bald.